Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Boah ey, ich krieg irgendwann dann wieder einen Schreikrampf, aber richtig. Nein, willkommen zu einer weiteren Runde Pock... Ich mag nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Gott, ich bin mal verweiternd. Ja, Merkel, Deutsche, muss lernen, wie man man moderiert. Oh, wie fächt ich das kaputt? Oh, ah ja, okay. Oh Gott, jetzt haben wir... Kannst du einfach noch wettern? Dann gehen wir erstmal hier den Vogel befreien. Auf jeden Fall, willkommen zu seiner Meinung, den Legos ist ja der Kater. Das ist halt eben so schön. Ich hab eben, bevor ich überhaupt noch die Folge, die letzte Folge aufgenommen habe... Noch mehr Schurken. Stinker muss in der Nähe sein. ...habe ich ne Runde Minecraft gespielt. Was war denn für ein Schrei? Und dann ganz eben schaue ich einfach so ein bisschen verzweifelt herum und sehe rechts neben mir liegen Pokémon Platin. Habe ich eben mal wieder neu angefangen. Und ich dann nur sofort. Alles klar, ich denke daran, dass du mit dir spielst Pokémon. Nein. Also wenn das hier Pokémon ist, dann sieht das ein bisschen schade. Naja. Hat eine bessere Grafik als... Keine Ahnung, wie viele Pokémon-Teile. Was muss ich kaputt machen? Okay. Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Ach Quatsch. Da ist so ungefähr etwas frisch, ich denke, ne? Okay, da ist nichts versteckt. Außer... ...zut und verderben. Geht er weiter an. Hey, geh da. Hab dich. Du bist verhaftet. Komm her. Genau wie du. Genau wie du erst recht. Ich habe auch gesehen, es gibt später noch Abfälze für irgendwelche Gefähigkeiten. Das ist verrückt. Oh, die Zeit-Marke war jetzt. Bin ich mal gespannt. So, wir brauchen Dynamite. Hier ist ein Safe. Jetzt kommen wir hier nicht rein. Ach so. Oh so, das wird der Dynamite auch gemacht. Ich hab schon gedacht, das ist so von Scheu, wie das Spiel ist, als Dynamite des Safe versteckt ist. Hätte ich ihn aber echt tot an von dem Spiel. Meins. Hätte ich schon zur Dynamite vergessen. Aber auch gut. Bin aber wieder schön auf Ende gewesen. Mächtiges Ball-Dabu. Wo ist Stinker? Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Wer ist da? Auf ihn! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Wow. Lass ihn! Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein geschenkter Lego City-Polizei. Hey! Oh! Oh! Hat mich ein Eiscreme-Wagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Danby mich hergeschickt hat. Dirk. Oh. Ich hab nach einem Bergmann gesucht, aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia! Du bist meinetwegen hier? Nein. Er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erst mal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung-Fu. Blue Belline. Der Blatt-Kuss. Freies Spiel. Freigeschaltet. Polizei. Freigeschaltet. Freigeschaltet. Guy Blueberry. Und wir haben den Lego City-Held. Und mehr. Goldene Steine. Level Up geschlossen. Lego City-Held. Jawohl. Geschichte fortriffen. Go. Alter. Rex Fury ist schon ein Schrank. Habe den auch nicht mal richtig kennengelernt. Blue Bellen Nationalpark. Ladebischof. Kapitel 4. Wenn es hart auf hart kommt. Okay. Hey, Chase. Was hast du in der Mine herausgefunden? Dass ich kein guter Kämpfer bin. Bitte? Rex war dort. Er hat sich Stinker vor mir geschnappt und mich dann noch K.O. geschlagen. Puh. Und was willst du jetzt machen? Schnurstracks zum örtlichen Dojo gehen und trainieren. Damit ihm das nicht noch einmal gelingt. Okay. Ich rufe Frank dann nochmal an. Hat bestimmt sein Telefon verloren. Ich rufe Frank dann. Ich rufe Frank dann. Warte, ich rufe Frank dann. Ach, hier ist doch eine Straße. So. Halt. Du. Polizeiangelegenheit. Du Scheiße. So. Oh. Hier ist der schon? Oh, oh, oh. Ist das? Wow. Ähm. Und jetzt? Oh. Das hat es nie. Das hat es nur mit Fahrzeugen. Die Fahrzeugen sind echt scheiße gemacht. Oh. Oh. Das ist aber wichtig. Also wird die Suche Scheiße. Bremsen kann die nicht. Das sehe nicht. die 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 da oben ah, da ist eine Leiter sehr schön da ist doch schon etwas das haben wir entdeckt ok, wir kommen jetzt auf die andere Rückenseite oh so ok, seems maggot ah, dann gehen wir eben durch den Tunnel, hier kann ich tief gehen wie sagt ihr? und alles ging schief ach, das ärgert mich gerade, können wir vielleicht über die Karte ok 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 ah, hier haben wir eine Karte, was wir alles haben äh ok wir haben einiges zu tun dass man dich irgendwie nicht supporten kann sowas finde ich ein bisschen schade äh äh, was ist das da? oh, ein bisschen Kleingeld ja, wie ist dieser Tunnel? ja, der Tunnel jetzt allzu lang ist wenn dahinter Covid nicht der Ausgang ist, dann werde ich cutten, bis ich wieder da bin na, ok, dass er auskommt hallo und wie lief es beim Training im Dojo, Chase? oh, ähm, ich war noch gar nicht da aber ich bin schon auf dem Weg ja, wir haben noch ein Bart genommen jawoll den hab ich ja eben gar nicht gesehen was kannst du denn da was kannst du denn da ja, ich bin ganz klar 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 fuck, ne leider leider hab ich es aber echt nicht drauf ach du scheiße juhu ah festgefahren sorry, das ist ein Notfall die in der Palm ist flame Nein crack Claro ich du hast du keinen z oder Stille Wut. Ich tue schon einen Gefallen und ich cutte mal gerade. So. Versuchen wir es noch einmal. Okay. Oh nein! Ich habe schon wieder die perfekte Karte an. In der Grund, das ist mir zu blöd. Sorry, das ist ein Notfall. So. Ganz gerne, richtig. So. Dann, kurz bevor wir da ankommen. So. Raus! Ey. Wer ist jetzt wieder schief, ganz schwer gelaufen. Oh so, da ist 1000. So, wo haben wir? Hier nicht. Okay. Da ist das, was? Da ist ein Superstein. Der war doch hier. Ne, hier ist ein Superbau. Der war ich hier. Ein Stein? Ja. So. Wir müssen aber noch mehr sammeln. Sehr schön. Hier haben wir noch. Ja, da ist er ja schon. Äh, wie kommt man schon rauf? Oh. Oh, wahrscheinlich hier rüber. Wobei ich mir da auch nicht von der Schöpfung bin. Hier ist dieser Campingplatz. Da muss ich noch einen kleinen. Nein, ich nicht. Oh, das war eine Prinzessin. Oh. Oh, herzlichen. Das muss ja schon bald hier werden. Hier kann man noch was machen. Kann man einbrechen. Oh, da muss ich auch ein großer. Jetzt kommt aber mal das hier links. Oh. Ziel erreicht. So, und da wir jetzt nochmal da hin müssen. Ich glaube, die Strecke ist einfach. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Ah, ich glaube aber beim Controller wäre das Spiel einfacher. Also, was heißt einfacher? Ja, ich glaube das Steuern von Fahrzeugen. Aue. Ach so, aber täglich. Oh, das ist so geil. Oh, das ist so geil. Oh, ja. Aber kann das sein. Ja, super Ball ist ja nicht. Jawoll. Ja, super Ball ist ja nicht. Jawoll. Jawoll. nicht zum herzten dann glaube ich die Treppe oben und wenn er noch heute machen anfangs kaputt ihn noch ein Ende. Rex Fury ist ein höherer Mensch. Vor ein paar Jahren wurde er wegen eines Verbrechens verhaftet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war und ins Gefängnis gesteckt. Aber er ist ausgeworfen, deshalb ist Chase McKay wieder da und ich mag Chase nicht gerne. Also es ist ein viel cooler, zu Recht ausgeworfen. Barry Smith. 24 Stunden für Sie im Einsatz als Klempner und Kung-Fu-Guru. Einige verstopfte Abflüsse und Chakras seit 1987. Kann es ja mal versuchen. Ich muss das aufkriegen. Ob ich das gebrauchen kann? Lerne Kung-Fu. Hier, eine kleine Bisschen. Ich brauche noch eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. Ein Drache. 40.000. Alles klar Leute, ich glaube wir haben heute genug Lego City gespielt, oder? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gehtens fang jetzt mal richtig die Level an und ich weiß schon, dass ich bald keinen Bock mehr haben werde. Nee, aber es ist ein cooles Spiel. Es macht echt Bock. Ich werde auf jeden Fall weitergehen. Nur heute nicht. Ich mache jetzt etwas zu essen. Das fang ich rum. Bis dahin. Tschüss.